Show 8. Wer sollte Let's Dance heute Abend verlassen? Wer muss seinen Traum vom Pott heute Abend aufgeben? Derzeit kämpfen noch sieben Promis mit ihren Profis bei Let's Dance um den Titel Dancing Star 2023. Damit hat sich die Zahl der Kandidaten in dieser Staffel bereits halbiert. Mittlerweile ist das Finale gar nicht mehr so weit entfernt und der Sieg ist in greifbarer Nähe, doch welches Star-Tänzer-Duo hätte eurer Meinung nach den Titel nicht verdient? Anna Ermakova, 23, und Valentin Lusin, 36, begeistern die Jury jede Show aus Neue und Können sich machen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Damit Ihren Platz in der nächsten Runde sichern können? An der Seite von Zold Sandor Checke, 35, legte Julia Beautix, 23, von Woche zu Woche eine totale Wandlung hin. Findet ihr, dass sich ihr Ehrgeiz vielleicht doch nicht ausgezahlt hat? Oder denkt ihr, dass doch Krysensi Kawasi, 34, und Fadim Gabusov, 35, gehen sollten?